Los geht's! Es geht um den Bauer Kohlhiesel, der zwei Töchter hat, die unter die Haube kommen sollen. Vielleicht ist für die Jahre dabei. Glaubst du? Ich opfer meine Freiheit, um so am dahergelaufenen Halodri die Pumpe hinzuwaschen. Vielleicht eine Heiratsanzeige. Das Problem ist, dass die Amalie, man sieht sie hier auf dem Porträt, verfügt hat, dass zuerst die jüngere Tochter unter die Haube gebracht werden kann, also verheiratet werden kann und dann die ältere. Nach der letzte Wille von der Amalie, dass die Lise erst dann heiraten darf, wenn die Susi am Oben noch dran ist. Aber das ist ja unmenschlich. Das Problem ist, und das kennen wir, dass die junge Rind nun eher so eine etwas naturbelassene Kratzbürste ist und für die wird es äußerst schwierig, einen Mann zu finden. Unter euren Pumpe! In deinem Scheiß mit! Also, her mit dem Besen! Und da wird richtig durchgepumpt! Wo ist der? Da kommt er! Ich hab sie gewarnt! Oh mein! Oh mein! Oh mein! Oh mein! Oh mein! Die Susi-Schmusi geht dich unterreden! Oh mein! 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 Du meinst, dass ich die Susi heiraten soll? Ich bin nicht blöd? Bingo! Bingo!